Ich will nie erst mit Schuh, du brauchst Animal Visage, glaub ich. Der Animal Visage ist der Erste. Shit, ey. Ich muss fucking kommen, Alter. Animal Visage ist sehr broken. Nächste Runde darf ich nichts kaufen, damit Schuh so viele Stacks macht wie möglich, red ich. Oder kann Schuh noch gegen neutrale Hunde verlieren, Chat, by the way. Ist fine, ne? Der schafft das, oder? Chat, der schafft das, right? Eine Runde für mich, Morddoggy. So. Eine Runde für mich, Morddoggy. Ich schalte das Feuer. Chilling. Noch raus? Morddoggy, please. Einmal. Ich hab Show 2, ne? Der wird pivoten. Surely wird der pivoten. Ich weiß es doch. Der hat letztens eine Show hat gespürt. Haha. Das heißt wohl, der wird nicht pivoten, nehme ich mal stark an. Der hat gelevelt. Gelevelt, Chat. Wir sind chilling. Ich bin Challenger. Das mach ich dafür den Scheiß. Ich bin nicht Showrat. Jetzt kommt auf den nächsten Shop an, ob wir hier Show sind oder nicht. Du kannst Show spielen. Du kannst Show spielen. 2-1, 2-1, 2-1. Ich baite die dazu, nicht Show zu spielen. Easy. Ah, fuck it. Wir sind Level Up. Full Winstrick, Bro. Werfer. Es ist nur eine Level 5. Schade. Aber theoretisch ist nur eine Level 5, ja? Ich kann winnen. Nice. Holy Shit. Easy. Easy. Chilling. Chilling. Chilling, Chat. Let's go. Let's go, Chat Boxer. Okay, wir brauchen aber ganz Das Gute am Challenger-Kommen ist Ich brauche halt nur 5 Items 3 für Kaiser, 2 für Fiora Das heißt, ich kann auch gut ohne Ornaus kommen Das ist schon ein Vorteil Samira kommt schon Habe ich schon gespielt gestern, Bossanova Jetzt Kaiser und Dingens stacken Okay, 4 Challenger Na, das ist keine Items Also gibt es zu später halt, aber Brauchst du am Anfang nicht Fiora ist ja schon tankig genug Ist ja selber tank Die hielt sich ja auch Titans und Radiant Sterex und sowas Alle raus eigentlich Was kann ich denn bestes Rollen Es gibt, glaube ich, nichts Besseres Legit nichts Besseres So, Glove ist 2 Gaunt 2 Gaunt Baff ist D eigentlich So Muss man Jinx auf Level 6 3 slow rollen? Also wenn du kannst Ja Kannst du auf Level 6 3 rollen Ansonsten kannst du auf 7 gehen Und auf 7 Jinx und Jace 3 rollen, weißt du? Auf Level 7 ist deine Chance Für Tier 2 Units ja trotzdem noch einigermaßen hoch Ist eine Kaiser, ich weiß, aber Ich glaube, es hat mal 2 Gaunt Kaiser und dann Spiel folge ich die Tier, wäre auch okay Erstmal 2 Gaunt Wenn es zu Noxus kommt, feiert ich gerade Ah, Juni ist Sire, weil die ist nicht contested Noxus kommt Also Mordkaiser Slayer Klappt sehr gut Noxus ist, glaube ich, okay Sire ist auch okay Ist nicht broken oder so Aber ja, nicht contested Ist schon Guter Grund dann das zu spielen Ist Kaiser gemisst? Ne, ich wollte die Tiere nicht mitnehmen Ich hätte die Tiere mitnehmen sollen Einfach zum Denying auch vielleicht Danke der Arctex So, ich habe einen gespart Ich habe Erstmal muss ich BT, glaube ich, bauen Erstmal muss ich BT bauen Ich werde mal kurz mit Ruhe forschen So To titans Giants level auch okay, oder? Stream mal, Lack Wut? Was ist das? Oh, die baitet mich so hart, ich muss die einfach verkaufen. Ich muss die scheiße einfach verkaufen. Die baitet mich, ich hab long distance. Ah, die baitet mich so hart. Ich hab kein Silko. Ich hab nie mal Velcro, ich hab gar kein Mal. Bye, have a great time. Tschüss. Das war Level 9 Legendaries auch vielleicht, ne? Actually, das war Level 9 Legendaries. Oh, I'm fucking trolling. Es gibt nur 6, no? Chain, oder? Ich mach Heimer. Fuck it. Ich slow roll hier, aber einfach, glaub ich, ich hab Duplikator. Wir sind uncontested und Duplikator. Und es sind sauviele Tier 4 units draußen. I guess dafür, aber... So, dann rüber reden wir ein bisschen. Ich denke, es ist gut. Campion. Da können wir noch irgendwas gleich bauen. Oh, ich hab Warwick 1 noch. What the heck? Immer noch Fiora-Chat. Okay. 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 Bisschen zu lange gedauert. Bisschen zu lange gedauert, Chat. Okay, passt, ne? Brauche ich weder Armour noch Matchpen. Einmal Dinger ist schon ziemlich gut. David Damage ist auch okay. Wow, wäre eigentlich schon Beste. Wow, wäre schon Beste, Chat. Impressive. Wow, die Weltkost-Ulti hat mich geträumt. What the fuck? Ich wollte eigentlich Slowrollen, um die auf 3 zu machen. Das klappt irgendwie nicht so, you, Chat. Okay. Titans Gunn. Titans Gunn. Titans und dann Rage Spät und so noch für High Mana. Auch sehr gut. Boah, ich muss langsam mal rollen, glaube ich. Ich wollte eigentlich Greenen, aber... Ich wollte eigentlich Greenen, aber... Ich muss langsam levelen. Aatrox rein. Ich muss ja noch Emlyn mehr gut. Ich muss aber levelen, let's go. Ich bin nur keine Kaisersmith. Ich bin nur keine Kaisersmith. Oh, der ist gleich draußen. Ich hätte ein paar Kaisers halt finden müssen. Wow. OCC. Scheiße, bro. Ich werde hier einfach OCC-Chat. Okay, let's go. Let's go. Ich bin dran. Junge. Hallo, hello. Let's go. Let's go. Ich habe Aatrox 2. Ich muss eine Runde warten, leider. Ich muss eine Runde warten. Oder ich tue Warwick raus. Das wäre auch okay. Ist das der Play? Ich habe noch genügend HP, ne? Wie chill, Gott. So viel Gold für Heimhaus. Aber es ist scheinbar gut. Shrink dabei, Mechano. Wie chill, gut. Nice. Ich glaube, es ist fein. Sobald ich Level 9 bin, verliere ich wahrscheinlich keine Runden mehr. Ich quenne einfach alles. Verkauf die gleich einfach. Ich verkauf die gleich schon einfach Chat. So, hallo, Azad. Kein Level 8? Level 9 meinst du? Gleich. Das ist meine... Morde 3 gleich noch. Morde, Ari, Nautilus. Aber was geht? Machen. Ah, ich habe Dinge so. Ich habe hier noch 4-3-mal. Let's go. Was macht 4-3-mal eigentlich? Ah, 4-3-mal ist wahrscheinlich die stärkste da. Oder ist Kaiser 3-mal stärker? Es war Ari 3. Ja, es war Ari 3. Wieso machst du nicht Atox 2? Weil ich noch 40 AP habe. Ich habe noch 3 Leben. Und kann 4 oder 3 machen. Ich kann Atox 2 auch einfach so hinten. Ja, das auch noch. woher hat. Oh, er hat 3 einfach so hinten. Wird wahrscheinlich schwieriger. Hä? Achso, Sonja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, it's fine, it's fine, it's fine. So noch Cutter. Napiri, fuck it. No Noxus gefunden, shit. No death, no death, no death, trust. Oh Gott, man, what am I doing? What am I doing, chat? Ich baue, ich baue, ich baue legit gar kein einziges Item aus dem Chaos-Selder. Ich baue legit kein einziges Item aus dem Chaos-Selder, bitte. Oh, ich sah die Fioran Atox decken, merke ich gerade. Oh shit, ich bin trolling, ich sah die Fioran Atox decken. Und die geben sich gegenseitig ad. Aber ich habe nicht aufgepasst, jetzt habe ich dem einfach neuen Noxus gegeben, auch Spaß. Scheiße. Scheiße, chat. Mach der Siion eigentlich? Samo. Zeit kann ich noch beleben. Eine Fiora fehlt mir, richtig? Fiora fehlt mir. Alter H-Fox. What the? Schade, Fiora kein Ultim mehr. Weiß ich hab sie. Okay, let's go chat. For the boys. Let's go chat. 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 Let's go chat.